Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 7. Genau, finanziert durch Produktplatzierung. Nicht Budweiser, aber Feldschlösschen. Original. Man sieht es nicht, du hast es neben der Kamera gehalten. Verflucht. Mehr, mehr. Ja, so. Gut. Womit nicht nur mein Dialekt verraten, dass wir in der Schweiz sind. Genau. Auch das Feldschlösschen. Dort hat es eine Leiter. Übrigens, vielleicht kurze Info zu Dings. Waffen. Ja. Digital Störkreuz gegen Haufen ist Pistole. Mit L2 wird man zielen. Mit R2 wird man schiessen. Zielen. Schiessen. Zielen. Schiessen. Ja. Ich habe jetzt natürlich mehr von den Dings gesprochen. Ja. Ich wollte nur keine Patronen verballern. Ja, genau dieser Gedanke ist mir auch durch den Kopf. Darum habe ich auch nicht geschürfen und ich habe darum auch... Hast du mir keine Tipps gegeben? Nein. Da waren wir noch nicht, oder? Keine Ahnung. Da sind wir nicht von dort her gekommen. Darum habe ich auch Dachstuhl ausgerüstet gehabt, damit nicht aus Versehen irgendwie schiessen. Ach so. Du meinst, das ist clever. Also das war Absicht. Ja, das ist so. Das sind ein Haufen Türen. Warum stöhnt denn der die ganze Zeit? Dem fehlt eine Hand. Ja, das ist... Okay, ich gebe zu, jeder würde so stöhnen, aber... Rumgeheulen. Jetzt hol mal Knallonen. Genau, Pistolenkugeln. Knallonen. Hol mal Knallonen. Nie mehr Knallonen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht die Kollegin wieder vor der Tür. Nein. Okay, jetzt wissen wir wenigstens... Warte mal, wie geht es mit der Karte? Guck mal, da ist die eine Tür, da ist die andere Tür und da ist die Treppe. Und die Leiter. Ah, genau. Wie war das jetzt? Sind wir die Treppe hochgekommen? Ja. Okay. Dann sollte ich die Leiter ausprobieren. Das wäre jetzt praktisch... Das wäre mein Vorschlag. Eigentlich so die Idee. Genau, hinter... Genau, hier. Da brechen wahrscheinlich wieder die... Holen wir. Die Dinger da... Oh! Ah! Äh... Warte mal, ich gehe mal wieder nach... Ach du... Oh! Ach du liebe Scheiße! Ich weiß es nicht. Ah! Ich würde Knall dafür nicht. Oh! Fuck you! Du kannst rennen, gell, mit L3. Ich bin schon... Ich bin schon gerannt. Nachladen! Nachladen! Ja, ich lad ja... Oh! Okay... Oh! Ich glaube in den Kopf schiessen ist gut. Ja! Oh! Du musst einfach noch ein bisschen üben. Oh! Die ist noch recht hautnäckig. Oh! 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 Also jetzt hast du dein距аг. In den Zard rapidement. Ohhhh! Oh! 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 Ja die kommen erst noch. Ich brauche viele Patronen. Patrone, Patrone, si si si. Gut. Das bringt nichts mehr hier, oder? Ich glaube da hat es doch, da hat es doch auch noch gehabt, innen im Ecken. Patrone. Guck mal, wir nehmen alles was wir kriegen. Ja sie ist schon. Die dunkle mich ziemlich. Kann man da eigentlich vielleicht auch durch die Türe dann versuchen abzuhauen? Du, das ist ein Versuch wert. Ich glaube ich versuche die erstmal umzuschicken. Ja natürlich. Ansonsten musst du... Jetzt probier nochmal. Ich verschwinde hier erstmal in die Ecke. Also das ist schon mal gut zum Weg gehen. Oh! Ja weisst du, du Sau, du Blöde. Ich verstehe wirklich nicht. Kopf. Nicht schiessen, wenn du nicht. Scheiße. Jetzt. Eine hast du noch. Ich bin verantwortlich. Ah, renn halt! Der rennt nicht, der Affe, der Blöde. R1. Ah, das ist da. Ich würde rennen. Oh Gott, oh Gott, ich renne, ich renne. Und die Türe wäre da vorne, rechts. Ja, ja, ich probier, ich probier. Das ist gut, oder? Ich darf rennen? Ja. Weiss der Teufel. Ich würde schon mal zählen. Oh, ich glaube das hat jetzt so viel nicht gebracht, oder? Oh, du. Oder doch? Höfer. Ah, da komme ich nicht vorbei. Oh mein Gott. Ich habe keine Arzneizeugs mehr. Hast du schon probiert? Ja. Scheiße. Scheiße! Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh nein. Angriff R2, R2, R2. Das ist glaube ich der, der ungünstig ist. Jetzt ist das Ganze etwas träg. Ich bin unzufrieden. Merkt man es? Ja. Ja. X. Man soll es auch merken. Probier es nochmal. Ja. Ja. Ja, das soll man tauschen. Nein, ich probier es nicht. Ah, das... Kommt schon gut. Scheisspiel. Vielleicht musst du auch schneller schiessen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin normalerweise auch eher sparsam in dieser Art von Spiel. Ja, wobei... Mein Problem ist eher die Zielerei. Und ich würde vielleicht nicht gerade beim ersten treffen, wo du sagst heilen. Ja. Ja, hast du recht. Du könntest einen nervös machen. Hä? Du kannst reinnehmen. Kann ich, ja? Kann mal ein Loch ins Knie bohren. Nein, für das hast du das Werkzeug nicht. Da kann ich nochmal rein, ne? Da soll man aufhören, da rumzustöhnen. Das geht mir total auf den Geist. Ist das eigentlich Männer-Pennis oder wie? So! Und weglaufen am Anfang war eine gute Idee. Also... Liebe Frau Kollegin... Sie rennt Kopf auf dich zu, gell? Ja, so läuft es. Eingedämmt. Sie muss eingedämmt. Mauerladen. Jetzt kalt gerade. Ich glaube gerade eben hat mir der Pfosten das Leben gerettet. Der ist jetzt nicht der schnellste Nachlad. Oh, scheiße. Die muss doch mal umfallen. Weg, 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 weg. Ich will einfach, dass die umfällt. Zerfix doch mal. Die kalt doch nicht um. Wieso sollen die rennen? Umkeien. Oh, daneben. Ich glaube ich spinne. Null, hä? Ich renne, ich renne, ich renne. So, jetzt aber. Daneben, nein! Schweinkar. Oh Gott. Aber rennen. Du vergesst dich rennen, ne? Nein, ich vergesse nicht zu rennen. Ich drücke nur falsch. Okay. Ja, das ist echt total beschissen. Jetzt ein Heiler. Ja, das ist echt total beschissen. Also, diese Dreierdrückerei, das ist total beschissen, echt. Achtung, 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 sie holt wieder. Jawohl. Daneben, 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 dreimal daneben. Oh, nein. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Und Lauchladen. Nein. Oh, fuck. Oh, hey. Aber du tust noch. Weg. Ich komme aber nicht weg. Oh. Oh, hey, hey, hey. Wie kann man da dreimal daneben schießen? Echt? Das... Boah, nimm du. Es kotzt mich an. Es kotzt mich schon wieder an. Ruhig bleiben, Frank. Steuerung. Jetzt zeig ich dir, wie man es auch nicht macht. Das kotzt mich gerade brutal an. Also, sie freut es offensichtlich. Also, haben wir noch die Möglichkeit? Weg kannst du nicht. Ah ja, die Leiterin ist ja weg. Aber stecken aber? Wenn ich ganz ehrlich bin, man kann die umschießen und das dauert gar nicht so furchtbar lange. Okay. Man muss sie nur treffen. Okay. Aber weisst du, schießen mit so einem Scheiss-Controller, echt? Okay. Okay. Gut. Ah, du bist der PC. Kann ich machen? Also, ehrlich. Oh, halt! Irgendwo hat es doch schon. Genau. Da hinten hat es ja auch nochmal, haben wir gesagt. Und dann auch noch diese Drückerei auf diesem Dreckssteuerkreuz. Also, der L3. Ja, also das ist für mich die absolute Krönung. Ich weiß nicht. Kann man die Steuerung vielleicht umschalten irgendwie? Kann man wahrscheinlich. Aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Irgendwas Sinnvolles einstellen. Also, rennen mit dem Ding, mit der Taste, ist einfach totale Katastrophe. Ohi! Gut. Ah, ist jetzt noch eins. Gut! 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 Wahrscheinlich nicht. Ah, Scheiße, ich muss umschälen. Um, 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 um. Gut. Oh mein Gott, kann man jetzt die Säge? Natürlich, krieg ich nicht. Wär ja zu schön, ne? Soll ich mich heilen oder nicht? Hm. Scheiße, Mann. Echt jetzt? Jetzt geht es gerade weiter mit dem Scheiße. Das ist aber nicht nett. Willkommen in der Familie. Oh Mann. Womit du? Was ist doch... Oh je, oh je, oh je. Ich habe das Gefühl... Welche meinst du? Ich glaube, dass das Spiel ganz gut ist, aber wenn die Steuerung so weitergeht, dann... Nein, du gewinnst dich daran, dann kommt das schon gut. Dann wird das Let's Play ungefähr drei Folgen dauern. Das haben wir schon drei Folgen. Noch. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Hast du arbeitslos gelegen? Fliege niemals von Makro ohne deinen Tacker. Gut, dass wir die Hand aufgehoben haben. Ach, oh je. Und die, also jetzt mal ganz ehrlich, die Pistole, die hat geklungen wie Luftgewehr. Also sie ist ja auch... Die hat ja ungefähr so viel Wirkung gehabt wie Luftgewehr. Habst du die Pistole? Also wirklich mal... Scheiße. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Die Flotters. Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase rein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was ist das? Okay, da fühle ich mich heute die Haie. Oh Gott. Komm her, Junge. Telefon. Verdammt noch mal. Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Ich komme zu dir zurück. Ich schwisch. Ach du Scheiße. Ah, ich gucken kann nicht schon. Was ist denn das? Das steht, warum wir auf dem Bild gesehen haben. Experiment 001. Sie lebt aber. Ah, 001. Ja. Ah, schau mal, ich kann... Mit dem Tisch umkrippen, Stuhl meine ich. Ach, aje. Aber ich habe wieder eine Hand. Das ist doch toll. Faszinierend. Ja. Und er stöhnt nicht mehr. Oh. Und dann noch okay. Aje. Sielen. Einschießen. Okay, klappt. Wort else. Was gibt es denn sonst noch so? Hier gibt es gar nichts. Ich schau, Krawaffa, wenn ich mir an. Okay, das ist die Dreieckstaste hier. Du hast einen Puls. Ich habe Puls. Grünen Puls. Bewegen. Was? Bewegen. Ja, tut. Äh, weiß der Henker. Egal. Das ist ja langweilig, was ich hier mache. Uff. Äh. Kühlschrank, Kraschalot. Hm. Bestimmt irgendwas total Leckeres. Genau. Also weißt du, ob ich den Kühlschrank angucke oder die Linde rauscht? Ist das der? Nee. Ist das nichts? Hm. Das erinnert mich ein bisschen an Bloodborne. Ja. Ist das nicht gekommen? Ein Bergsholz. Da hat es sogar Blümelis. Oh, dort kommt einer. Rechts kommt einer. Oh. Du meinst, dass ich sollte... Daddy? Vielleicht... Verschwinden. Genau. Ja gut, das kann ich besonders gut. Da geht's wieder ins Wohnzimmer, Mann. Wo ist die Halt? Links... kommt der, hä? Oh! Oh, ich glaube, ich gehe mal hier durch. Just in case. Was ist das alles? Was ist denn das? Keine Ahnung. Eine Türe. Verschlossen. Aha. Oh Gott. Wo kommt... Wie, wie, wie? Oh nein! Hat er mich gesehen? Ich würde sagen, nein. Geh ich die Tür zu, Mann? Das ist auch fast nicht auffällig. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe ein Problem. Oh nein! Haha! Oh! Ja, dachte ich eigentlich schon. Hahaha, du Arschloch. Ah. Ich probiere mal abzuhauen. Ja. Kann ich doch aus nachvollziehen. Ich könnte ja mal versuchen, die Treppe hochzuhauen. Das wäre jetzt aber die Treppe runter. Aber klingt auch gut. Klebeband, hahaha, mit der Hand nichts. Oh Gott! Was für ein Arsch! Ähm. Ah, ich hasse es. Der hat mir wehgetan. Der, äh, paar Blutsprüzer. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Wo ist der? Linksfasche, bis ansehen. Hä? Dort links die Kiste kannst du aufmachen. Aha. Mit etwas. Brauchen wir unser Jagst wieder? Wo ist der Schweinepreis, Steiner? Ja, halt die Schnauze, du Arschloch. Oh nein! Ja, da bin ich, du Penner. Es ist total cool mit dieser Scheisstaste. Macht tierisch Spass. Ja, du bist... Oh nein, oh nein, oh nein! Ich habe noch gedacht, da kannst du doch jetzt nicht das Ding anschauen. Aber es ist ein bisschen elend. Das ist ein bisschen wertvoll. Ich komme der Scheint, ich gebe sie jetzt. Oh nein! Ach, ich habe es... Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen nur das Ding. Ich habe auch schon geflogen. Das ist ein bisschen, was ich tauschen kann. Ich kann... Ja. Und ich... Komme ich da weg? Was macht L1? Äh, R1? Das ist nichts, oder? Aha! Ja, es tut mir. Ja, es ist einfach egal. L1 blocken. Hast du denn da nicht die Türen rauf? Äh, die Stecken rauf? Nein, da sind ja überhaupt keine Treppen. Außerdem sehe ich nichts mehr. Ah, ich block mal. Ah, ist ja immerhin besser wie gar nichts. Und schlafen kannst du nicht. Nein. Ah, dieses Schei... Ah. L-Locken. Garage. Garage. Oh, das ist ja super. Oh! Weisst du, ich sehe noch nicht mal mehr was. Da komme ich nicht raus. Auf dem Tisch hat das Zeug rumliegen. Ah. Hast du denn schon Spaß? Tierisch passt's. Au! Ah. Ich bin voll froh, wenn du wieder spielen kannst, weil ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr habe. Ja, komm jetzt. Hey! Du kannst echt nicht schlafen. Nein. Du kannst echt nicht schlafen. Nein. Nein. Jetzt wird gar nichts. Ah, ich möchte wenigstens jetzt mal ein bisschen wegkommen. Äh. Okay. Wahrscheinlich kannst du gar nichts anderes machen, als dich verklopfen lassen. Zumindest gibt's jetzt einen Weg raus. Oh, jetzt reicht's jetzt Zeug. Ja. Ah, was soll immer das sein soll? Ein Bild. Ja, super. Und jetzt? Ich kann mich noch nicht mal irgendwie verstecken, oder was? Ich denke mal, das ist auch nicht die Idee. Ja, weiß ich. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss, und dann darfst du weiterspielen. Okay. Wir sind schon deutlich über die Zeit, und ich habe brutals keinen Bock mehr. Und tschüssi! Bis dann. Ciao. Ciao.